Hi, ich bin hier in Hacke, das ist irgendwie südlich von Helmstedt und hab grad hier ordentlich aufgetankt in einer sehr netten Bäckerei mit Toilette, Waschraum und allem drum und dran. Ja, gestern war irgendwie ein Ätzner-Tag, ich musste büte vorgestern, außer den ganzen lieben langen Tag Gegenwind und die Sonne hat gebrannt, einfach nicht mein Wetter. Wollte dagegen wieder prima, unter anderem auch deshalb, weil endlich ein paar Hügel kommen, das ist gut für den Singlespeater. Okay, alles klar, viel Spaß allen noch, schönen Gruß an meine Lieben, ich denke an euch, ciao.